Willkommen zum großen Hausbau-Wettkampf. Das sind unsere Mitspieler. Die Regeln sind einfach. Bau ein sehr schönes Haus, woraus auch immer du willst. Wir werden unser Haus aus Stein bauen. Unseres wird aus Zuckerwatte gebaut sein. Wir werden die beste Sandburg bauen, die ihr je gesehen habt. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nein, ich habe den Zement vergessen. Diese Steine werden nicht zusammenhalten. Wir müssen ihnen helfen, Morphe. Verwandle dich in ein Zementlaster. Vielen lieben Dank, Morphe. Jetzt haben wir vielleicht wieder eine Chance. Oh, Backe. Dieser Zucker klingt nicht ganz so gut, wie ich dachte. Hm. Wie denkst du, könnten wir ihnen helfen, Morphe? Honig. Ja. Lass uns Honig holen. Danke schön. Das ist perfekt. Jetzt können wir endlich unsere eigene Sandburg bauen. Die Zeit ist fast um, allerseits. Oh, nein. Warte, Morphe. Ich habe eine Idee. Drei, zwei, eins. Und das war's. Sehen wir uns die Ergebnisse an. Ah, sehr schön. Und stabil. Wunderschön. Und lecker auch. Wow, das ist fantastisch. Und so groß. Ihr habt den Preis verdient. Ich bin drauf reingefallen. Aber ihr habt kein Haus. Und ich kann euch den Preis nicht geben. Das ist okay. Wir sind glücklich, dass wir den anderen Teams helfen konnten. Dann gebe ich diesen Preis an sie. Für das Bauen dieses leckeren Hauses. Vielen, vielen Dank. Ohne Mila und Morphe hätte ich es nicht geschafft. Und als Belohnung dürft ihr beiden das ganze Haus alleine essen. Ja. 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 Bäh SPEAKER PO risks.